Salab meine Lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, habe ich schon wieder was gefunden. Ich war auf dem Heimweg und habe das gute Stück so im Augenschein gesehen, dachte ich mir, hey, das Ganze musst du gleich mal mitnehmen und einfach mal gucken, was damit ist. Ja, willkommen in der Wegwerfgesellschaft in Deutschland. Das ist immer das gleiche, die Leute kaufen sich, deswegen sobald es kaputt ist, wird es gleich natürlich auf den Sperrmüll geworfen, ab zum nächsten Baumarkt und vom Baumarkt aus direkt zum nächsten Klimakleber treffen. Und dort wird natürlich angegeben, was man für ein tolles Stück sich umweltfreundliches Akkugerät gekauft hat, aber keiner redet davon, dass die Geräte, die kaputt sind, einfach auf die Straße geworfen werden. Aber egal, heute geht es ja natürlich hier um diese schöne Heckenschere, Black & Decker. Ja, da wollen wir mal gucken, was wir da jetzt machen können. Ich habe natürlich alles zum Überprüfen, was ich brauche. Da braucht man gar nicht so viel. Ich habe meinen 36 Volt Akku, meinen Multimeter und zwei Kabel. Das Ganze schließen wir uns an. Wir können natürlich auch das mit einem Durchgangsprüfer gucken, ob das Ganze einen Durchgang hat. Funktioniert natürlich nicht immer, aber wir werden das Ding einfach mal überprüfen. Erstmal gucken, warum das Ding auf der Straße lag. So, aber bevor wir ans Anschließen gehen, beachten wir natürlich erstmal die Pole. Das ist ein Gleichstrommotor, der hat einmal Plus, Minus. So, und dann werden viele sagen, hey, hier auf der Rückseite beim Schacht gibt es kein Plus, Minus. Was ist, wenn ich das Ganze falsch anschließe? Wenn du das Ganze falsch anschließt, im besten Fall läuft das Ding rückwärts. Im schlimmsten Fall brennt dir da die Elektronik durch. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Man könnte einfach mal diesen Akku im Internet einfach mal recherchieren und Bilder angucken. Und meistens auf dem Akku ist Plus, Minus zu erkennen. Und dadurch kann man sich orientieren und sagen, okay, da ist Plus, da ist Minus. Weil auf dem Gerät steht es jetzt nicht drauf. Auf manchen Geräten steht das Ruf hier natürlich wieder mal nicht. Aber egal, wir finden das raus. Einfach ein paar Bilder anschauen, was für ein passender Akku dazu passt. Und dann einfach gucken, wo Plus, Minus ist. So einfach ist es natürlich. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze an und gucken, ob es funktioniert oder nicht. So, jetzt habe ich das Ganze natürlich an meine 36 Volt Akku angeschlossen. Und jetzt will ich einfach mal überprüfen, ob das funktioniert. Ja, natürlich muss man hier so viele Mikroschalter aktivieren, dass das Ganze natürlich funktioniert. Den habe ich jetzt mit einem Kabelbinder einfach mal festgemacht. Da muss man natürlich hier einmal draufdrücken, du draufdrücke und es tut sich absolut nichts. So, draufdrücken. Ist auch kein Wackler. So, da wollen wir aber auch sicher gehen, dass hier 36 Volt ankommen. So, wir haben sogar hier eine Spannung von 39 Volt und es tut sich trotzdem nichts. Das heißt, woran kann es jetzt liegen? Es sind natürlich viele Möglichkeiten übrig. Es könnte der Motor einfach defekt sein. Es könnte ein Mikroschalter kaputt sein. Ich würde mal sagen, wir schrauben das Ding einfach mal kurz auf und gucken mal rein. So, wir haben die Maschine einmal komplett zerlegt. Und auf den ersten Blick sieht das überhaupt nicht schön aus. Es sieht nicht nach Qualität aus. Also, das Zahnrad ist hier. Das ganze Fett ist eigentlich nur hier im Gehäuse so ein bisschen verteilt. Es ist keine geschlossene Kammer, wo man eventuell mal was nachfüllen könnte. Das heißt, wenn das Ganze hier trocken läuft, müssen wir natürlich das Ganze einschmieren. Es ist eine Sauerei. Also, ich, ne, ist auf keinen Fall was für mich so ein Gerät. Ich denke, das ist hier echt so günstig wie möglich gemacht. Aber jetzt haben wir hier einmal den Mikroschalter getestet. Der funktioniert ohne Probleme. Der Mikroschalter funktioniert ebenfalls. So, dann bleiben uns nur noch zwei Möglichkeiten übrig. Entweder der Motor oder die Platine, dass die einen wegbekommen hat. Ja, jetzt müssen wir rausfinden. Wie machen wir das Ganze? Wir werden einfach mal jetzt direkt auf den Motor 36 Volt geben und gucken, was passiert. So, um sicher zu gehen, auch dass wir, ob wir da auch wirklich 36 Volt drauf geben können, müssen wir auf die Seite gucken. Da steht ja auch 36 Volt. Dann können wir auch 36 Volt hier draufballern. Nicht, dass irgendwie das nochmal reduziert wird. Aber nö, hier geben wir jetzt knallhart 36 Volt drauf und gucken, was passiert. So, jetzt haben wir unsere 36 Volt angeschlossen. Noch nicht ganz angeschlossen. Ich halte die Krokodilklemme hier. Sobald ich jetzt an den Punkt rangehe, entweder macht das Ding Ramba Zamba oder es macht gar nichts. Wir gucken mal. Wow, ho, 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 ho. Jetzt habe ich mir fast ins Höschen gemacht, Leute. Noch ein Versuch. Also, das Ding hat ordentlich Dampf und dann können wir uns natürlich jetzt sicher gehen, der Motor ist es nett. Es ist die Platine, die er abbekommen hat, weil der Motor wird hier von der Platine angesteuert. Das bedeutet, Moment, wir gucken mal den Weg. Der geht einmal von hier, rot-schwarz, über die Mikro-Schalter. Das heißt, die Kabel sehen mir aber auch alle in Ordnung aus. Er hat irgendwo hier an der Platine einen kleinen Dachschaden. Deswegen müssen wir gucken, lohnt sich die ganze Reparatur, lohnt sich nicht. Aber wenn ich mir das Ding so anschaue, ich weiß nicht, ob ich das lohnt. Vielleicht zum Spaß, so ein bisschen kann man das machen. Aber, ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Gerät hält. Ihr seht ja schon, wie es hier innen aussieht. Ja, ja, ziemlich sparsam, würde ich sagen. Aber wir haben den Fehler gefunden. Es liegt an der Platine. Die hat einen Schaden abbekommen. Entweder überhitzt, sonst irgendwas kann ich jetzt nicht genau sagen. Dafür müssten wir die ganze Platine durchjuckeln. Wollen wir aber nicht, das kostet zu viel Zeit. Deswegen erstmal eventuell als Ersatzteillager. Sollt ihr irgendwo noch eine Platine finden, werden wir natürlich die Platine austauschen. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht Einzelfall ist, dass das bei sehr vielen wahrscheinlich passiert. Ich sage erstmal, ciao Kakao, bis zum nächsten Mal.